Mein Name ist Maxim Petrovic, ich bin 15 Jahre alt, meine Position ist Außenverteidiger. Meine bisherigen Vereine waren der VfL Wildstedt, der Offenburg der HV, der Klee der HV und ins KSC. Meine Ziele mit der Mannschaft sind, oben mitzuspielen und meine persönlichen Ziele, mich immer weiterzuentwickeln und eines Tages Profi zu werden.